Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Snake Reviews zu einer weiteren McFarlane Toys Fahrzeug Review. An dieser Stelle nochmal großes Dankeschön an meinen Zuschauer Freddy, denn wir erweitern heute unseren Fuhrpark um ein weiteres Motorrad aus dem The Batman Film. Ich zeige euch heute mal ganz locker chillig hier das Drifter Motorcycle. Das ist nicht das Motorrad von Catwoman, sondern das Motorrad von Bruce Wayne. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wenn ihr The Batman gesehen habt, dass Bruce Wayne auch tagsüber so ein bisschen privat durch die Gegend gefahren ist und den einen oder anderen Schurken halt auch spioniert hat. Und das ist sein Bike hier. Also auch das könnt ihr euch holen. Ich glaube insgesamt von McFarlane Toys zu The Batman gibt es drei, ich glaube drei Bikes halt. Und das, das Drifter Bike, das gucken wir uns heute mal an. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant und ich weiß ja auch, dass das letzte Bike schon bei euch ganz gut ankam. Leider gibt es jetzt hier keinen Bruce Wayne für mich, den ich darauf setzen kann, aber nur zum Vergleich werde ich euch natürlich dann auch nochmal den Batman dazu packen auf seinem Bike. Ansonsten, ihr seht ja, dass wir diese typische schöne längliche Verpackung, da ist das Bike schon drin, die Sea Multiverse vorne drauf hier, das The Batman Logo. Das Bike ist ab zwölf Jahren aufwärts, was wir auch hier sehr schön sehen können. Ansonsten nichts Spektakuläres. Auf den Seiten steht dann hier auch nochmal Drifter Motorcycle von The Batman. Am interessantesten ist wahrscheinlich dann eher nochmal so ein bisschen die Rückseite für euch. Denn da haben wir nochmal zwei Bilder tatsächlich mit dem Bike. Also einmal ohne Bruce Wayne obendrauf und hier nochmal mit der Bruce Wayne Figur selbst, die es auch separat gibt. Bei der ich aber sagen muss, die sah nicht wirklich toll aus. Also die sah echt nicht gut aus. Aber dafür gibt es Gott sei Dank auch noch mit dem Bike zusammen hier eine kleine Lösung, wenn euch der Herzgut nicht gefällt. Auf der linken Seite nochmal, so typisch, was wir alles in der The Batman Line hatten. Das ist so klein, das kann ich gerade so erkennen. Ich sehe den Pinguin, den habe ich euch übrigens gezeigt, genauso wie daneben die Catwoman. Dann haben wir noch den Riddler und natürlich auch noch unseren Batman. Müsst du mal in die McFarlane Toys Playlist bei mir reingucken. Da habe ich bis auf ein paar Ausnahmen eigentlich auch dann alle gezeigt. Sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Figuren. Ich würde sagen, wir packen das Drifter Motorcycle jetzt mal aus. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich dieses Bike hier ja macht, wie es umgesetzt ist. Ich packe es mal aus, Leute. Als erstes natürlich der Blick auf die Collectors Card. Da haben sie sich das Motiv rausgesucht, wo dann halt der Bruce Wayne vorne drauf sitzt. Auf jeden Fall soweit recht interessant. Wie gesagt, die Figur an sich ist jetzt nicht wirklich so meins gewesen. Aber auch mal ganz cool auf jeden Fall. Da unten auch nochmal Drifter Motorcycle aus The Batman. Wenn wir auf die Rückseite gehen, gibt es dann halt nur so ein paar Kleinigkeiten. Da steht nochmal drauf, der echte Name ist das Drifter Bike. Und da steht dann halt genau das drauf, was ich euch gesagt habe. Als Bruce Wayne durch die Straßen von Gotham City, als der Drifter Bruce Wayne unterwegs ist, benutzte das Drifter Bike. Das ist ein, hier steht modifizierter Kaffee Racer oder Caffee Racer. Ich habe keine Ahnung. Für optimalen Speed und minimaler, ja, dass das halt nicht großartig auffällt. Was das für eine Maschine ganz genau ist, das können die Motorradfans unter euch mir gerne, gerne dann auch unter die Kommentare schreiben. Na, weil ich denke mal schon, dieses Bike wird es auf jeden Fall so in der Richtung auf jeden Fall geben. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Die schicke Maschine ist ungefähr 23 Zentimeter lang und ja, ich sage mal so 11,5 Zentimeter hoch. Also da passt perfekt eine schöne McFarlane Toys Figur auf. Was mir gleich auf Anhieb gefällt, ist natürlich das Finish. Wir haben hier sehr viel, ja, Drybrush drauf, so ein bisschen in Silber halt alles gehalten. Das finde ich sehr, sehr schön. Was ich nicht so wirklich mag, ist, dass am Tank das Ganze ein bisschen übertrieben wurde, wenn ihr das mal genau seht. Also hier hat McFarlane Toys dann nochmal ein bisschen mehr an diesen ganzen Krams draufgebracht. Das wirkt zu grob, meiner Ansicht nach. Das hätten sie ein bisschen feiner machen können. Aber ansonsten wirklich eine sehr schöne Maschine, wie gesagt. Das Coole ist auch, es ist sehr schwer tatsächlich durch die Reifen, denn die Reifen sind natürlich auch hier wieder gummiert. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr gut. Ansonsten muss ich auch hier sagen, gefällt es mir einen Tucken besser, was die Wertigkeit anbelangt, wie das Batman, das Batcycle aus The Batman. Denn hier sind wirklich auch die Gelenke, gerade auch hier im Lenkbereich, wirklich sehr, sehr fest. Das fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an und sehr wertig halt an. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Wenn wir uns das Ganze mal genau in den Details angucken, gehen wir jetzt mal rein hier zu dem Motorblock. Auch da muss ich sagen, schöne Details drin, die meiner Ansicht nach auch wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet sind. Also ihr könnt daran auch wirklich alles sehr gut erkennen. Da bin ich sehr zufrieden mit. Wir haben hier hinten auf der Rückseite natürlich auch noch für das Hinterrad dann wieder die Kette. Das sieht auch wirklich sehr, sehr stark aus. Wir können hier sogar die Federung erkennen. Die ist hier offenliegend. Die ist natürlich nicht funktional. Also ihr erwartet da nichts. Das ist eigentlich nur so ein solides Teil, wo ihr dann vorne ein bisschen was bewegen könnt und dann war es das. Aber Details, das kann Mac for Allenthal. Ich finde, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Gerade hier, schaut mal, hier ist dann ja die Auspuffanlage. Seht ihr, dass das Ganze hier nochmal so ein bisschen umwickelt ist? Das sieht aus wie so eine Art, ich sage jetzt mal, wärmeabweisendes Material. Ich habe keine Ahnung von Motorrädern, wenn ich ehrlich zu euch bin, aber man erkennt es auf jeden Fall, dass das hier sowas in der Art sein soll. Ihr seht das ja vorne. Da geht das Ganze hier nochmal vierfach ran. Also der hat die auch, hat der vier? Ne, das ist eine Auspuffanlage. Ich gehe mal nach unten vor euch. Das interessiert euch ja vielleicht auch. Also hier diese zwei Teile, die gehen hier dann halt komplett einmal hinten in den Auspuff rein. Beidseitig wohlgemerkt wieder, er hat zwei Abgasanlagen am Start. Sieht echt stark aus, muss ich sagen. Wenn wir jetzt auf die Räder gehen, hier vorne zum Beispiel, seht ihr noch schön die Bremsscheibe. Sogar die ganze Bremsanlage haben sie so ein bisschen angedeutet. Das gefällt mir auch sehr gut. Ne, ansonsten die Reifen mit einer schönen Gummierung auf jeden Fall. Ne, schönes Profil drauf, auch da nice gemacht. Auf der anderen Seite, da gehen wir auch mal rauf, sieht das Ganze dann halt so aus. Auch da nochmal genauso gemacht. Einzig hier hat McFarlane Toys einmal so einen kleinen Punkt reingesetzt. So eine kleine Öffnung, wo sie dann halt das Bike innen drin zusammengeschraubt haben. Ganz innen drin könnt ihr dann leicht eine Schraube erkennen. Aber auch hier wirklich, wie gesagt, sehr, sehr schön. Auf der Seite hier auch nochmal alles gut gemacht. Hier kann er sich dann später, Bruce Wayne, dann halt könnt ihr die Figur raufstellen, die Füße rauf machen. Ganz normal, wie bei einem normalen Bike halt auch. Das gefällt mir. Der Sitz fällt so ein bisschen auf, wenn ich ehrlich bin. Der hat so einen leichten hellen Braunton abgekriegt. Ist okay. Sitzt, glaube ich, aber auch nicht so ganz drauf. Ich weiß nicht. Jetzt sieht so aus, als wäre hier so eine kleine Lücke dazwischen. Aber ist soweit okay. Ne, und dann kommt das hier, was ich euch gesagt habe. Hier ist ja überall nochmal dieser Silbertouch mit drauf. So ein bisschen zerkratzt und alles. Das ist meiner Ansicht nach gerade hier oben am Tank ist das ein bisschen too much. Ich meine, ich finde es cool. Der Tankdeckel hier oder der Tank selbst sieht auch gar nicht schlecht aus. Aber diese Kratzer gerade hier am Tank, meiner Ansicht nach, die sind ein bisschen zu viel. Der gesamte Lenkerbereich gefällt mir. Allerdings sehen wir auch hier natürlich dann drei dicke Schrauben. Ich denke mal, das kann man aber verknusen. Hier die ganze Bremsanlage und alles. Das finde ich sehr, sehr nice. Das ist alles sehr minimalistisch gehalten. Das gute Stück, das gefällt mir aber soweit. Also auch wirklich sehr schön. Ich mag das vor allem, dass die Handles wirklich nach unten gehen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Das heißt, auf diesem Bike legt ihr euch theoretisch richtig rauf, wenn ihr damit fahrt. Das ist wirklich sehr interessant auf jeden Fall. Hier vorne haben wir noch den Scheinwerfer. Und auch da seht ihr mal, wie hier der Silbertouch nochmal raufgepackt wurde. Das ist auch ein bisschen zu viel, finde ich. Oder? Was meint ihr? Ist das euer Geschmack? Also dafür, dass es einen Used-Look haben soll, haben sie es hier ein bisschen übertrieben. Zumindest meiner Ansicht nach ist es ein bisschen zu grob. Was bei McFadden in Toys Fahrzeugen typisch ist, ist, dass wir auch vorne keinen richtigen Scheinwerfer haben oder Klarplastik etc. Hier wurde das Ganze meist angemalt. Bei dem Bike tatsächlich ist es aber wirklich aus Kunststoff. Denn ihr seht auch, dass hier vorne... Ja, er müsste mal zum TÜV. Da kriegt er aber Ärger. Hier vorne ist sein Scheinwerfer schon eingerissen. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Das ist nicht raufgemalt. Das ist wirklich so gemacht. Das ist so eine Kunststoffscheibe, die sie raufgeklebt haben. Mit so einem kleinen Riss drin. Also auch da wirklich cool. Also ihr seht schon, detailtechnisch kann sich das Bike hier natürlich auch sehen lassen. Und wenn ihr TheBatman-Fan seid und auch die ganzen Fahrzeuge von McFadden Toys sammeln wollt, da könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Das Ding, das ist echt schön gemacht. Das gefällt mir. Wie gesagt, ich mag das, dass hier gerade der ganze Lenkbereich mit der Lenkstange, dass das alles wirklich sehr fest ist. So wackelt das alles nicht hin und her. Die Reifen laufen relativ gut ohne Probleme. Auf der Rückseite zeige ich euch mal den Rückwärtsreifen. Ja, den Rückreifen. Komm her, hier. Da ist ein Problem halt mit dem Standy. Lässt da mal los. Mein Gott, ist der fest. So, auch da alles funktional. Läuft wirklich sehr, sehr gut. Natürlich geht die Kette nicht mit. Das ist natürlich klar. Aber ansonsten wirklich ein schönes Stück. Was sagt ihr? Gefällt es euch? Mit dabei, habt ihr es jetzt gesehen, ist der Standy. Da hatte ich ja schon im letzten Video bei dem Bad Cycle so den einen oder anderen Kommentar, dass das halt in den Produktionsbildern zum Beispiel beim Bad Cycle hier unten drunter gepackt wurde. Könnt ihr irgendwie mit dem Ding hier auch machen? Das geht natürlich, wenn ihr die Reifen frei stehen lassen wollt. Ist das eine coole Idee auf jeden Fall. Also gemacht sind diese Stands aber tatsächlich für die Reifen selbst. Das wird hier reingeklackt und dann sitzt das Ganze fest und so soll das sitzen. Ich bin aber natürlich auch auf eurer Seite. Wenn ihr möchtet, dass ihr die Reifen komplett frei seht, dann macht das Ganze eben so, wie ich das gemacht habe. Da ist sich McFarlane Toys, glaube ich, auch nicht so ganz einig. Aber es liegt dann eigentlich nur drauf. Und die Reifen, die, ja, seht mal, es wackelt ein bisschen hin und her. Aber so könnt ihr zum Beispiel die Reifen dann auch sehen, wenn ihr diese schöne Maschine halt in eurem Display halt aufbewahren wollt. Ansonsten gibt es daran nichts mehr zu zeigen. Es hat natürlich kein Action Feature, kein nichts, kein gar nichts. Was aber noch mit dabei ist, ist, wenn, wie gesagt, diese schöne Bruce Wayne Figur mit dem nicht sehr schönen Headsculpt, wenn ihr euch die holt. Ja, Bruce Wayne, sein Helm ist mit dabei. Sein Motorradhelm. Das finde ich auch ganz cool. Auch hier hat McFarlane Toys erst mal wieder reingehauen mit dem ganzen Drybrush etc. So sieht der Helm aus, relativ normal gehalten, im Kunststoff schwarz. Das Visier, ich weiß nicht mal, ob das durchsichtig ist, aber es hat einen leichten glänzenden Touch abgekriegt. Das finde ich ganz gut. Und obendrauf, wie gesagt, ist dann hier auch nochmal alles so ein bisschen halt, ja, mit Silber bepainted. Aber das ist auch meiner Ansicht nach ein bisschen too much. Sieht sehr cartoonisch aus. Wenn ihr jetzt Bruce Wayne habt, dann könnt ihr den Helm dann natürlich nicht einfach auf diesen Headsculpt draufsetzen. Ihr müsst den Kopf abnehmen. Denn innen drin, das seht ihr schon, da ist natürlich hier Platz dann für das Kugelgelenk vom Nacken. Da könnt ihr dann halt einfach den Kopf abnehmen und dann den Helm raufpacken. Und ich glaube, dann sieht das auch tatsächlich wirklich sehr cool aus. Also ich würde das tatsächlich machen, hätte ich dann noch diesen Bruce Wayne bei mir in der Sammlung, den ich jetzt gerade nicht besitze. Mehr ist nicht mit dabei. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns die Bikes nochmal side by side an. Denn ich finde die persönlich alle wirklich sehr gelungen. Hier für euch jetzt nochmal das Bad Cycle aus The Batman. Wie gesagt, da habe ich ja den Stanley jetzt auf die Rückseite gepackt. Aber ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr möchtet, hier unten drunter packen. Damit zumindest, wie gesagt, die Reifen zu sehen sind. Schaut mal, ist auch eine sehr, sehr schöne Maschine, muss ich sagen. Und wenn wir jetzt hier noch das Drifterbike dazu packen, dann haben wir auch gleich nochmal so einen schönen kleinen Größenvergleich, wie das Drifterbike daneben aussieht. Schaut mal. Also das sind wirklich zwei richtig schicke Maschinen, muss ich sagen. Das hat McFarlane Toys toll gemacht. Die gefallen mir beide wirklich sehr, sehr gut. Und das passt soweit. Wenn ihr jetzt noch eine Figur dazu habt, wie gesagt, im Größenvergleich, wenn wir jetzt unseren The Batman dazu packen, dann würde ich sagen, passt das auch alles locker vom Größenverhältnis her. Und wie gesagt, ihr seht es ja gerade auch beim Drifterbike. Aber auch das Bad Cycle, dass das beides Maschinen sind, wo ihr euch wirklich richtig rauflegt und dann damit richtig schön Gas geben könnt. Die sind halt auf Geschwindigkeit ausgelegt. Gefällt mir schon. Wie gesagt, hier, schau mal, Batman dazu. Das passt von der Größe her. Das ist schon wirklich cool gemacht. Das gefällt mir. Also, schönes Teil auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Habt ihr euch die Bikes denn auch geholt? Seid ihr generell Fans von den McFarlane Toys Fahrzeugen? Das würde mich auch mal sehr interessieren. Denn ich finde, die machen bis auf ein paar kleine Ausnahmen die Fahrzeuge auch wirklich sehr, sehr gut. Und das passt einfach und sieht auch echt stark aus. Wenn ihr großer Fan seid von The Batman oder auch von anderen Batman Figuren und dann auch noch die Fahrzeuge dazu packt, dann hat das auch noch mal ein bisschen was Individuelles, anstatt dass ihr immer nur halt die Fahrzeuge habt. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht dieses Bike. Mir gefällt es. Mich interessiert jetzt aber nochmal, könnte ich Batman seinen Kopf abnehmen und dann das Helmchen da aufpacken? Meint ihr, das funktioniert? Wir testen das einfach mal, oder? Ja, das sind ja auch komische Feldtests hier, oder? Also, Batman seinen Kopf ist ab. Wie gesagt, das soll jetzt eigentlich nicht an diese Figur ran, aber da könnt ihr mal sehen, wie das aussieht ohne den Kopf. Wie gesagt, das ist dann halt hier dieses Stabkugelgelenk und dann müsste es eigentlich auch mit Batman funktionieren, dass wir dann einfach hier das Ding hier draufklacken. Ja, es funktioniert tatsächlich. Schaut euch das mal an. Guckt mal. Es sieht, sieht das cool aus oder was? Also irgendwie hat das sogar was. Ganz, ganz genial gemacht tatsächlich. Der Helm, der passt perfekt drauf. Also dann passt der auch auf jede andere McFarlane-Toys-Figur. Verrücktes Design gerade. Ich glaube, das hat auch noch nicht jeder gemacht. Aber ihr seht, das funktioniert und so würde das dann halt auf einer McFarlane-Toys-Figur aussehen. Auch das finde ich persönlich gerade richtig interessant. Ich lasse ihn jetzt einfach mal so. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Liebe Leute, mehr kann ich euch aber zu dem coolen Drifterbike leider auch schon nicht mehr zeigen. Auf jeden Fall eine richtig, richtig coole, schöne Maschine, die ich euch auch hier natürlich empfehlen kann, wenn ihr die ganze Reihe sammelt. Nochmal die Collectors-Card für euch dazu. Da ist sie. So soll es eigentlich wirklich aussehen mit dem Bruce Wayne. Und wie gesagt, der Helm ist mit dabei. Das könnt ihr dann der Figur noch raufpacken. Finde ich gut. Für das, was es darstellen soll, ist das Bike mehr als okay. Hat schöne Details, hat einen schönen Paint-Shop bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Finde ich das Ding wirklich mehr als gelungen. Was ihr davon haltet, wie immer gerne unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr wisst, was das für eine Art Bike ist, natürlich auch gerne unten rein. Denn wie gesagt, da habe ich jetzt nicht wirklich die größte Ahnung von. Aber ich denke mal, da werdet ihr mir schon irgendwie aushelfen. Das soll es gewesen sein. Ich bin raus für heute. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Macht's gut. Bis dann und reingehauen. Bis dann und reingehauen.